Noch mal wegen dir, noch niemals anzumachen, wo du das sagst. Schon wieder Abend, ich geh allein durch die Stadt. Ein Tag kann so lang sein, wenn man sie sich traut. Und wieder Abend. Und wieder Abend. Und wieder Abend. Und wieder Abend. Ist da niemand? Find mich niemand, der meine Geheimtäume teilt. Und wieder Abend. 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 Das war's für heute. Wow! Eure Hoheit! Sehr tatsächlich. Geil siehst du aus. Ein richtig geiles Leben lebendiger Poseidon-Gottesmeeres. Wie fühlst du dich? Mehlklasse. Weltklasse. Pastor Zürich. Mehlklasse Zürich. Richtig. Also das Gefühl habe ich schon heute den ganzen Abend. Schau mal Eva, ist es nicht unglaublich? Deine Frau muss das jetzt unbedingt auf Video aufnehmen. Ab jetzt. Weil das kriegst du nie mehr wieder zu sehen. Sowas, was mein Poseidon hier heute Abend erlebt. Und jetzt kommen wir noch zu deiner feierlichen Amtseinführung. Mein Poseidon in Zürich. Iiiiih! Oh! Oh! Whoo! Oh, 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 oh. Wow, Junge, du bist ja ganz nass hier! Unglaublich! Komm, du bist ja ganz nass. Und das war geil, das war geil! Ach, dreimal in der Schweiz, ja komm noch einmal! Wird ja auch schon genass bei dir unter den sieben Weltmeeren. Unglaublich, war's geil? Absolut! Also du hast eine richtig super Figur gemacht als unser Unterwasser-Gott Yves. Und als kleine Überraschung habe ich für dich jetzt noch den Zürich-Bademantel für meinen Poseidon. Dann guck, der ist für dich! Und das Schöne an der Seite ist, es war ja jetzt ein bisschen kalt hier, du darfst jetzt noch nach hinten gehen, Backstage, unter die warme Dusche, zusammen mit Sita und Dominik! Viel Vergnügen! Dankeschön, mein Poseidon! Prima! 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 Wow! Wow! Schön wie das Tag! Wie sie ablehnt und sie schwimmt. Der Sonne entgegen mit euch! Dankeschön. 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 Und. Climb! Kommt Sie mich! Party! Ja! Ist das doch die selbe Straße, die schon zu vielen Jahren geht? Ist das doch die selbe Stadt, die ich für mich erschweren? Ich bin Atlantische, denn nur wenn wir an Wunder glauben, dann würden sie geschehen. Mal schauen. Und. Mal schauen. Mal gucken. Mal schauen. Mal schauen. Hosen, 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 weil ich dich gefunden hab. Ich wusste, es wird weiter hin, nach dem großen Unternehm. Lass die Drachen wieder fliehen, heute fängt das Leben an. Auch zu neuen Abenteuern, das ist unsere beste Zeit, in der ich die Liebe spüre. Wir sind die Ewigkeit, auch zu neuen Abenteuern. Komm, ich will, dann lacht ich sie, denn nur wenn wir am Monat bleiben, dann können sie geschehen. Dankeschön, Zürich! Unglaublich schön mit euch! Vielen, vielen herzlichen Dank! Und Dankeschön an all die Menschen! Über 120 inzwischen jeden Abend für euch meinen Traum von Atlantis werben lassen. Dankeschön an Ton, Licht, Büro, Video, die Bühnenbauer, die Kubiographen, die Kostümbildner, die Helfer, die macht einfach all die Menschen, die ihr jetzt nicht sehen könnt. Und vielen, vielen herzlichen Dank an einen Schweizer, meinen Regisseur, DJ Power! Dankeschön an meine Gefährten hier auf der Bühne, meine Tänzer, die vom Tänzer. Dankeschön, Dominique! Prinz! Simon! Und Miss Sita! Dankeschön, meine lieben Kolleginnen! Vielen Dank, Elke! Dankeschön, Gabi! Armin Verpaschen, vielen Dank, Herr Dr. Dr. Kno! Armin Gitarren, vielen Dank, Matthias! Und seit über 20 Jahren bei mir, mein Marco! Wow! Und seit meiner Bass, Dankeschön, Matthias! An den Tänzen, mein Traumler, Sebastian! Und seit 10.000 Jahren auf dem Grund des Meereslandes, der Unterwasserorge, So sieht er hier auch aus! Jawohl! Unser musikalischer Leiter, Miss Frank Franky Kippieser! Auf zu neuen Abenteuern! Auf zu neuen Abenteuern! Das ist unsere beste Zeit, mit dem man nicht die Liebe spürt. Wir sind in Ewigkeit, auf zu neuen Abenteuern! Warum ich will Atlantik sehen, denn nur wenn wir an Wunder glauben, dann können sie geschehen, auf zu neuen Abenteuern! Wo-o-o-o! Applaus